Ja, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber momentan die Hitze, ja, das ist schon ordentlich. Das hat nichts mehr mit milden und sanften Sonnenscheinen zu tun. Das ist schon wirklich, dass man nicht mehr weiß, wo soll ich mich als nächstes hinverkriechen unter irgendeinem Baum oder vielleicht doch lieber in die eiskalte Dusche oder vielleicht beim Fleischer in die kühle Abteilung. Ja, da ist schön kalt. Es ist wirklich momentan unerträglich. Wir haben jetzt, glaube ich, um die 35 Grad hier oder sogar noch wärmer. Es ist Wahnsinn. Wenn man nicht arbeiten muss, wenn man einfach nur schön im Liegestuhl liegen kann, dann ist das ja wirklich toll. Oder früher als Kind in der Schule hat man Hitze frei bekommen. Aber wir müssen trotzdem arbeiten. Wir sind davor nicht gefeit. Wir müssen einfach arbeiten und vor allem müssen wir schlafen. An Schlaf ist ja momentan gar nicht zu denken. Ja, geht Ihnen das auch so? Dann brauchen Sie unbedingt eins. Unsere Luftkühler und Sie haben jetzt die Auswahl zwischen vier verschiedenen Luftkühlern und das sind wirklich tolle Modelle, oder Ralf? Ja, also die sind hervorragend. Die pfeifen Ihnen dazu, dass Sie das schöne Wetter genießen können. Das ist ja jetzt keine Momenterscheinung. Alle Meteorologen sprechen von einer extremen Hitzewelle mit einem sehr stabilen Hoch und das über ganz Europa. Selbst in Skandinavien. Werte, die die gar nicht kennen, die kennen Sie eigentlich nur aus dem Fernsehen. Hast du das heute Morgen gesagt, dass im Supermarkt sogar die Wasserflaschen immer Regale fast los sind? Also ich hatte gestern Wasser geholt und da war fast kein Wasser mehr da. Es wird immer knapper, klar. Und jetzt braucht man Erfrischung. Man müsste die Hitze hier ertragen. Und da haben wir jetzt Hilfsmittel für Sie, die erstens mal sehr effektiv sind und zum Zweiten unglaublich sparsam. Weil Energie spielt bei elektrischen Geräten natürlich immer eine große Rolle. Unsere ersten drei Geräte brauchen gerade mal 65 Watt und haben hier eine unglaubliche Kühlleistung. Und zwar fangen wir mit unserem ersten an. Das reduziert sich jetzt auf das Wesentliche, aufs Kühlen. Und zwar einmal gefühlte Kühlung. Da sehen Sie hier eine große Ventilationsfläche, also im Prinzip ein Turmventilator, der auf Rollen steht, den ich mir überall hinrichten kann, dort, wo ich die Kühle brauche. Drei Ventilationsstufen, die schalte ich jetzt mal ein. Jetzt haben wir schon, wenn wir davor sitzen, eine gefühlte Kühlung. So, jetzt mache ich aber die Swing-Funktion noch rein. Dann wird diese gefühlte Kühlung auch im ganzen Raum verteilt und das reicht oftmals schon aus. Aber wenn ich die Temperatur messe, die verändert sich nicht. Und bei diesen Temperaturen jetzt, die bis zu 38 Grad diese Woche noch werden sollen, dann brauche ich einfach auch Abkühlung. Und das erziele ich so. Mit der Einschaltung der Verdunstungsluftkühlung. Jetzt wird Wasser vom Wassertank unten in eine Wabenstruktur geleitet und dort immer wieder verdunstet. Beim Verdunsten von Wasser entsteht die Verdunstungskühle und die wird jetzt mit dem Ventilator direkt in den Raum reingemacht. Da sehen wir das. Das nennt sich Honeycomb, weil es so ein bisschen an Bienenwaben natürlich hier erinnert. Da wird das Wasser vernetzt und wird über der ganzen Fläche immer wieder verdunstet. Beziehungsweise das verdunstet ja von ganz alleine. Und da entsteht Kälte. Und jetzt muss ich gleich am Anfang die Anne-Kathrin mal zu mir bitten, weil ich möchte Ihnen jetzt mal zeigen, wie das funktioniert. Wir haben es alle schon mal gemerkt an unserem eigenen Körper. Wenn wir aus dem Swimmingpool oder aus dem Schwimmbad rauskommen und sind noch feucht, dann bekommen wir eine Gänsehaut. Warum? Weil das Wasser auf unserer Haut verdunstet. Und in dem Moment entsteht hier auf der Oberfläche diese Verdunstungskälte. So, ich habe hier einen kleinen Zerstäuber. Und wenn du jetzt mal, wir haben 32 Grad heute jetzt im Moment hier. Und jetzt geben wir einfach mal ein bisschen Wasser drauf. Das wird innerhalb null Komma nichts verdunsten. Und jetzt sieht man, das Wasser, das verdunstet und es gibt sofort eine Gänsehaut. Ja, seht ihr das hier? Das ist der Wahnsinn. Und da wird jetzt eben beim Verdunsten vom Wasser, wird die Wärme entzogen auf der Hautoberfläche. Und dadurch genau so funktionieren Verdunstungsluftkühler. Also nur jetzt natürlich nicht auf der Hautoberfläche, sondern auf dieser Wabenstruktur. Und dadurch wird diese Kälte erzeugt. Und das energiesparsam. Also jetzt muss ich noch mal ganz kurz was zu Kälte sagen, auch zum Schlafen. Wenn Sie im Dachgeschoss jetzt 35 Grad haben, nützt Ihnen ein Verdunstungsluftkühler nichts. Da brauchen Sie 15, 20 Grad, die es runterkühlt. Da hilft Ihnen nur eine Klimaanlage. Aber normale Schlafzimmer, wo jetzt 3, 4, 25 Grad herrschen, da ist das genau das Richtige. Und dann sind die Vorteile riesengroß. Erstens mal natürlich der Stromverbrauch 65 Watt. Aber zu den weiteren Vorteilen kommen wir gleich noch bei den anderen Modellen. Ein großer Vorteil ist natürlich auch der Preis. 66,41 Euro an anderer Stelle kosten die viel, viel mehr. Das ist unser TV-Sonderpreis. Das heißt jetzt zuschlagen, beziehungsweise die nächsten zwei Stunden. Und dann sichern Sie sich den TV-Sonderpreis von 66,41 Euro. 45 mit der NX 1302 und der 569. Die angenehme Kälte, die nicht krank macht im Gegensatz zu Klimaanlagen. Und wirklich sehr, sehr angenehm auch ist. Aber Sie haben es gesehen, wir haben noch viele weitere Modelle vorbereitet. Jetzt kommen wir zu einem Modell, das könnte ich theoretisch das Ganze ja überaufstellen. Richtig, weil hier sind wir jetzt bei Zusatzoptionen. Unser erstes Gerät war reiner Ventilator und Verdunstungsluftkühler. Haben wir hier natürlich auch drin. Und Sie sehen schon, von der Baugröße sind sie fast identisch. Auch hier wieder ein Ventilator in drei Stufen. Ich mache mal auf die höchste. Aber was wir hier schon gleich sehen, ist ein sehr übersichtliches Display. Was mir auch immer mit LEDs anzeigt, was ich gerade eingeschaltet habe. Und dieses Display kann ich jederzeit natürlich auch mit der Fernbedienung bedienen. Jetzt haben wir hier Zusatzoptionen. Gerade wenn man es im Schlafzimmer benutzt. Und das muss man jetzt einfach. Man muss das Schlafzimmer runterkühlen. Dann benutze ich bei mir zu Hause immer die Timer-Funktion. Da gebe ich vor, von insgesamt, also von einer halben Stunde bis zu siebeneinhalb Stunden kann ich den Timer einstellen. Danach schaltet es aus. Hier sehen wir das Kühlsymbol. Einfach auf kühlen stellen. Jetzt setzt sofort wieder diese Verdunstungsluftkühlung an. Und das Ganze jetzt auch noch mit Swing-Funktion. Also im ganzen Raum verteilt. Gleichzeitig haben wir hier auch noch einen Luftreiniger drin. Einen Ionisator, der die Luft jetzt anreichert mit Anionen. Die sind gut gegen Pollen, gegen Viren, gegen Bakterien. Die reinigen die Luft. Übrigens, neueste Erkenntnisse der Wissenschaft haben auch gezeigt, dass Anionen unglaublich wirksam sind gegen Elektrosmog. Und es sollen mittlerweile schon über zwei Millionen gemeldete Fälle von Krankheiten wegen Elektrosmog geben. Ist allerdings noch keine anerkannte Krankheit. Man kämpft drum. Aber das hilft auch dagegen. Also du siehst, du schlägst hier mehrere Klappen, mehrere Fliegen mit einer Klappe. Und was du gerade gesagt hast, ganz Jahresgerät. Hier haben wir auch noch einen Luftbefeuchter, den ich jederzeit einschalten kann. Und zwar separat, also abgetrennt von der Kühlung. Und das wird vor allem in der Heizperiode, also im Winter, wieder interessant, wenn durch die Heizungsluft die Luft zu trocken wird. Das merken wir an den ausgetrockneten Lippen oder an der trockenen Nase Ihres Hundes. Oder auch, wenn wir einfach nur zu trockene Haut bekommen. Also ganz Jahresobjekt. Fernbedienung haben wir dabei. Auch hier nur 65 Watt Stromverbrauch. Jetzt weitere Vorteile im Vergleich zur Klimaanlage. Ich bin mit allen Geräten komplett unabhängig vom Standort. Ich kann die mitten in den Raum stellen, überall hin, weil ich habe keinen Abluftschlauch. Das ist auch noch etwas ganz, ganz Wichtiges. Also platzieren, wo Sie möchten, direkt neben Bett. Dann Zwingfunktion rein, so leicht über den Körper diese Brise. Und jetzt noch der wichtigste Vorteil. Man wird nicht krank. Viele reagieren unglaublich empfindlich auf Klimaanlagen. Klar, da geht es gleich um 15, 20 Grad Temperaturunterschied. Und wenn man da in den Luftstrom hineinsteht und dabei stehen bleibt, ist es relativ gewiss, dass man am nächsten Tag eine schwere Erkältung hat. Die sogenannte Sommergrippe. Das passiert bei einem Verdunstungsluftkühler nicht, weil wir haben eine akkurate Kühlung. Eben gefühlt um 10, 11 Grad, aber tatsächliche Kühlung eben nur um 4 bis 5 Grad. Und das hält jeder Körper aus. Da wird man nicht krank. Nein, man erfrischt sich einfach. Man sitzt tagsüber mal davor oder stellt es nachts neben das Bett und lässt sich da erfrischen. Und da brauche ich jetzt keine 2, um auf dem Sofa Erfrischung zu haben und nachts im Schlafzimmer. Sondern auch das hier steht einfach auf Rollen. Ich muss es nur einstecken, wo immer ich es benutzen will. Büro, Kinderzimmer, Schlafzimmer, in der Küche oder im Esszimmer. Oder dann abends auf dem Sofa einfach nebendran stellen und sich abkühlen lassen. Ja, und selbst wenn Sie die Geschwindigkeitsstufe erhöhen wollen, Sie müssen nicht mal mehr aufstehen, wenn Sie schon auf dem Sofa sitzen. Denn Sie bekommen ja auch die Fernbedienung noch mit dazu. Das heißt, man kann das Ganze dann ganz bequem schalten und walten. Und gerade hier, was wir jetzt nochmal sehen, das haben wir alle schon erlebt, dass wir uns in der Nacht hin und her drehen, weil wir einfach nicht schlafen können. Wie gesagt, die ersten Nächte war das ja noch ganz angenehm. Aber dann die zweite und dritte Nacht fängt es dann wirklich an, dass man gereizt ist, dass man nicht mehr so leistungsstark ist. Und das sollte man wirklich beheben, dieses Problem, mit unseren Luftkühlern. Und wie gesagt, das ist ja jetzt nicht nur ideal für den Sommer, das zweite Modell, sondern für das ganze Jahr über, weil wir ja hier noch einen Ionisator eingebaut haben und einen Luftbefeuchter. Und das jetzt alles zu einem Preis von 82,56 Euro. Ein Wahnsinnspreis, liebe Zuschauer. Die bestellen immer die NX 7575 und die 569. Und wo Sie den aufstellen, ist vollkommen egal. Auch gerne im Schlafzimmer, das macht Sie nicht krank. Ja, nein, überhaupt nicht. Nein, es hilft mir sogar nicht, krank zu werden. Das muss man ganz klar sagen. Also wenn du längere Zeit zu wenig Schlaf hast, das greift deine Gesundheit an. Du hattende Abwehrstoffe bauen ab, das heißt, du wirst viel anfälliger für Krankheiten. Du bist gereizt, du bist nicht mehr konzentrationsfähig. Und jetzt sind wir am Anfang der Hitzewelle. Ja, es ist jetzt über mehrere Wochen vorhergesagt, solche Temperaturen, das heißt, auch nachts werden die Temperaturen nicht mehr runterfallen. Die bleiben bei 20, 2, 3, 24 Grad. Sie wissen es vielleicht, ab 20 Grad spricht man von tropischen Nächten. Und da stehen uns einige bevor. Und wer bis jetzt schon irgendwann mal Probleme hatte, wegen der Temperatur einzuschlafen, der muss jetzt reagieren. Weil wenn das mal eine Woche durch ist, dass ich nicht richtig schlafe, dann bin ich fix und fertig. Ich habe das ein Jahr lang, ein halbes Jahr oder einen halben Sommer mal mitgemacht. Ich habe dann viel zu spät reagiert. Damals in der Dachgeschosswohnung, da muss es eine Klimaanlage sein. Aber jetzt gleich in meiner neuen Wohnung habe ich sofort mit in die Wohnung eingezogen, ist der letzte, den wir nachher haben, den Verdunstungsluftkühler. Jetzt kommen wir aber zu einem Modell, das steht vor uns. Und da ist auch schon mal ein Phänomen passiert. Den haben wir bestellt am Anfang des Jahres für das ganze Jahr. Ende Juni war die komplette Lieferung ausverkauft. Wir konnten Gott sei Dank noch mal nachordern. Aber jetzt sind wir auch wieder auf den letzten Stückzahlen. Kein Wunder, ganz Deutschland will Abkühlung. Und wenn es so energiesparsam geht, auch hier 65 Watt und so multifunktional. Weil zur Kühlung, die wir jetzt alle brauchen, und zur Ventilationstechnik kommt auch hier ein Luftreiniger, also ein Ionisator, der auch sehr gut ist für Allergiker. Jetzt fliegen ja wieder verschiedene Pollen. Das geht ja den ganzen Sommer über immer wieder. Jetzt kommen dann, glaube ich, die Gräser dran oder Ähnliches. Ich bin Gott sei Dank kein Allergiker. Aber ich weiß, wie Allergiker leiden, wenn die Pollen fliegen. Die kannst du damit auch eliminieren. Timer-Funktion haben wir auch. Auch alles bedienbar mit der Fernbedienung. Und auch die Befeuchtung, die Luftbefeuchtungsfunktion, sodass ich eben auch im Winter für ein angenehmes Raumklima sorgen kann. Ja, kühlt, reinigt und befeuchtet. Drei wunderbare Funktionen für ein Gerät. Und das bei dem Preis von 113,91. Was ist jetzt aber der Unterschied? Das ist ganz klar unser Designmodell. Wenn Sie sagen, ich möchte das auch gerne im Wohnzimmer aufstellen, ja, es soll auch im Wohnzimmer stehen bleiben, dann kann man das hier wirklich schön einsetzen. Das ist wirklich ein tolles, tolles Modell. Und auch was wir hier gerade sehen. Also viele sagen ja auch, Mensch, im Sommer fällt mir sogar das Sport machen sehr, sehr schwer. Ich verzichte dann darauf, aber ich merke, das tut meinem Körper nicht gut. Gar kein Problem. Wenn Sie Sport machen, stellen Sie sich das einfach ins Schlafzimmer, Wohnzimmer, wo auch immer Sie Sport machen und schalten den ein. Das kann man ja auch machen. Ich muss gerade sagen, wegen Sport, wenn ich das jetzt sehe. Heute Morgen habe ich einen Bericht gesehen. Und da wurde ein Sportwissenschaftler gefragt, wann denn im Sommer die beste Zeit ist, Sport zu machen. Weißt du, was er gesagt hat? Früh um sechs. Morgens zwischen vier und sechs Uhr. Das wäre, weil ab sechs Uhr in jeder Stunde die Temperatur nochmal um drei bis vier Grad steigt. Und dementsprechend können wir es uns ausrechnen. Aber auch hier einfach in die Wohnung stellen. Oder viele Praxen haben solche Verdunstungsmustkühler, auch wo es repräsentativ ist, wo man Publikumsverkehr hat, weil es einfach ein schickes Design ist. Auch hier eine ganz einfache Wasserverdunstung. Und zwar ist das Leitungswasser. Sie brauchen hier also überhaupt keine Folgekosten zu erwarten. Und der Stromverbrauch liegt auch hier bei gerade mal 65 Watt. Und da möchte ich mal eine kurze Rechnung aufstellen. Angenommen, Sie lassen dieses Gerät zehn Stunden am Tag laufen. Dann braucht das 0,65 Kilowattstunden. Und das kostet so im Bundesdurchschnitt ungefähr 17 Cent. Und 17 Cent ist es mir wert, dass ich ruhig schlafen kann oder meine Wohlfühloase habe. Gehen wir mal von der Klimaanlage aus, handelsüblich so im Schnitt 2 Kilowattstunden. Also 2000 Watt pro Stunde. Bei 10 wären das über 5 Euro am Tag. Das rechnen wir hoch auf 30 Tage bis zu 150 Euro nur für die Klimaanlage los. Also das spürst du an der Stromrechnung nicht. Das ist wie wenn du zwei Scheiben toast am Morgen toastest. Also um das jetzt mal überspitzt zu sagen. Mehr ist es nicht. Und ich habe trotzdem diesen effektiven Kühlungserfolg, den ich hier habe. Ich war ja im Mai ganz früh dieses Jahr schon im Urlaub. Ich war am Mittelmeer und da hatten wir auch schon 30 Grad dort, wo ich war. Aber da sind wir oftmals am Meer entlang spazieren gelaufen. Die Sonne hat geschienen, 30 Grad, aber du hast das nicht gespürt. Weil von der Meerseite immer diese kühle Brise gegen kam. Sie kennen das mit Sicherheit. Und hier hast du eben eine kühle Brise, eine Meeresbrise auf Knopfdruck, die du dir überall in jedes Zimmer holen kannst. Und dann eben diese Temperaturen, die wir jetzt haben und die wir jetzt über lange, lange Zeit haben werden, die machst du wieder erträglich. Ja, wie gesagt, die Hitze ist gar nicht so schlimm, wenn man eben nicht arbeiten müsste. Aber als Kind, wie gesagt, gab es so zu fragen. Aber wir müssen da jetzt einfach durch. Das nützt alles nichts. Und schlafen müssen wir ja auch noch. Deswegen, man kann jetzt nicht sagen, jedes Mal, wenn es heiß ist, fahren wir ans Meer und lassen uns da brieseln. Das wäre so ein Wunschdenken, aber geht leider nicht. Jetzt für 113,91 Euro geht das schon mit der Bestellnummer NX 1308 unter 569. Auch hier das tolle Ganzjahresprodukt. Das heißt, sie zahlen einmalig diese Summe und profitieren jeden Tag davon. Also gerade so der Ionisator, der die Raumluft reinigt. Wir wollen ja gesunde und gereinigte Luft einatmen. Und das können wir hier mit, mit der NX 1308 und der 560. Und jetzt kommen wir zu dem Modell, was auch reif hat. Stimmt's? Ja, das habe ich bei mir im Schlafzimmer. Ist mit mir eingezogen in meine Wohnung und werde es dann auch mit umziehen in meine neue Wohnung. Weil das ist so unglaublich effektiv. Hier haben wir schon mal eine größere Ventilationsfläche und auch einen stärkeren Ventilator. Das heißt, das ist auch für größere Räume geeignet. Drei Ventilationsstufen. Und jetzt kommt auch wirklich ein schöner Luftzug, der weit durch einen Raum durchbläst. Jetzt auch wieder machen wir die Swing-Funktion rein. Dann sehen Sie gleich, dass Sie Lamellen von links nach rechts ganz langsam die Luft im Raum verteilen. Und auch hier wieder die Verdunstungsluftkühlung. Jetzt wird hier auch eine größere Menge an Wasser verdunstet. Hier sprechen wir von 500 Millilitern maximal pro Stunde. Bei den ersten Geräten waren es 150 Milliliter. Und dementsprechend können Sie sich vorstellen, dass hier als auch die Fläche, die Verdunstungsfläche größer ist. Das heißt, es wird mehr Kälte erzeugt und die wird permanent immer wieder in den Raum hineingeschossen. Also ich kann dir sagen, wenn ich abends ins Schlafzimmer komme, ich verwende ihn fast nur im Schlafzimmer. Schalte ich ihn an, ich mache meinen auf Gebläse Stufe 2. Dann kommt natürlich die Kälte-Funktion, also die Kühler-Funktion rein und die Swing-Funktion. Und dann haben wir hier noch was, den Timer. Den stelle ich bei mir persönlich immer auf zwei Stunden. Weil nach zwei Stunden schlafe ich tief und fest. Und dann kann auch mein Verdunstungsluftkühler in den wohlverdienten Ruhestand, also in Standby gehen. Und dann spare ich noch mehr Energie. Also zwei Stunden, das sind 130 Watt. Das will ich jetzt nicht mal ausrechnen, wie viele Cent das sind, was mich das kostet pro Nacht. Und es sorgt für meinen Schlaf. Also wer nur eine Nacht sich rumgewälzt hat und weil er konnte wegen dieser Hitze nicht schlafen, der braucht unbedingt, unbedingt eine Hilfe. Und zwar am besten in Form eines Verdunstungsluftkühlers. Und hier muss ich sagen, für größere Räume, auch wenn du ein größeres Wohnzimmer hast, dann stellst du es tagsüber zum Beispiel in Richtung Sofa, wo du dann drauf sitzt und lässt dich hier berieseln. Man merkt es auch wunderbar, wenn irgendwo in einem Haushalt, wo diese großen Geräte sind, Haustiere sind, die Haustiere, die sitzen direkt vor den Verdunstungsluftkühler. Weil die suchen ja auch jegliche Erfrischung. Und hier finden sie die mit Sicherheit. Und wir Menschen, wir sehnen uns auch danach. Also ich habe heute nur allein im Geschäft, wir gehen einmal raus oder laufen hier ins Außenstudio durch die Sonne. Und wir merken, wie heiß das ist und wie das einen körperlich fertig macht. Und man braucht dann diese Oasen, diese Wellness-Oasen, diese Kälte-Oasen. Und das ist so eine. Mein absoluter Favorit wird auch Ihrer werden, wenn Sie sich dazu durchringen und sagen, komm, ich nehme gleich den. Und der braucht auch nicht viel Strom. Hier gerade mal 180 Watt, also im Vergleich zu einer Klimaanlage immer noch weniger als ein Zehntel. Auch das fast nicht merklich. Also ich bin ein absoluter Fan davon. Ich möchte es nicht mehr missen. Und schon gestern Nacht, es war so unglaublich warm. Und dann war ich so froh, wo ich hier die Taste gedrückt habe und im Bett lag und habe diesen leichten Windzug über meinem Körper gespürt. Diese Meeresbrise. Und ich habe geschlafen wie ein Baby. Ja, das ist ja wirklich Ihre Gesundheit. Also man will ja auch die Hitze genießen. Aber das hat einfach nichts mehr mit Genießen zu tun, wenn ein ständig der Schweiß von der Stirn lockt. Man kann das ja sogar, wenn man das möchte, wenn man sich jetzt auf den Balkon legt oder Terrasse oder Garten, kann man das auch wirklich direkt mit raus. Das kann ich ja bei einer Klimaanlage nicht. Das heißt, Sie liegen in Ihrem Liegestuhl und genießen hier noch zusätzlich dieses schöne kalte Lüftchen. Das ist jetzt gut, dass du das erwähnst. Das bringt mich noch auf einen anderen Punkt. Bei der Klimaanlage, wenn ich die benutze, muss ich zwingend alle Fenster und Türen zumachen. Ja, ich habe in meinem Schlafzimmer immer Fenster und Türen nachts offen, um frische Luft reinzukommen und habe trotzdem die Kühlleistung hier meines Verdunstungsluftkühlers. Also da braucht man auch keine Rücksicht nehmen. Hier machen Sie die Fenster und Türen zu. Nein, stellen Sie es einfach dran und machen Sie Ihre Tür auf, damit wenigstens die Nachtluft noch ein bisschen frisch reinkommt. Das ist einfach hervorragend. Das ist mein Gerät, was für meinen Schlaf sorgt und mich auch jederzeit noch erfrischt. Zusätzlich natürlich auch hier, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt habe, wenn nicht mache ich es jetzt, ein Ionisator. Also wenn es mal ein bisschen mufflig wird, schalten Sie einfach den Luftreiniger mit dazu. Der arbeitet natürlich auch jederzeit, auch ohne die Kühltechnologie. Also auch im Winter mal, wenn es muffelt irgendwo, einfach dieses Gerät in das Zimmer stellen. NC 5769 und die 569 ist hier für die Bestellnummer. Und egal für welchen Luftkühler Sie sich entscheiden, wir wollen, dass Sie den Sommer in vollen Zügen genießen. Dass Sie schlafen können, dass Sie einfach gut durch den Tag kommen. Deswegen rufen Sie an und bestellen Sie Ihr Lieblingsmodell. Viel Spaß!